Ich bin Seya und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin René und ich bin auch im dritten Lehrjahr. Ich bin Lukas und ich bin im zweiten Lehrjahr. Und wir machen die Lehre als Strassentransportfachmann. Wir zeigen es euch. Zu meinen Tätigkeiten gehört auch, dass mein Fahrzeug funktioniert, dass es fahrbereit ist, weil es Sicherheit im Verkehr gewährleisten muss. FKR-DLS Bei der Firma Dreyer zu arbeiten gefällt mir, weil man selbstständig arbeiten kann und ein gutes Team, das um sich herum hat. Nebst unserer Haupttätigkeit im Transport sind wir am Anfang der Wehr auch noch in der Werkstatt und im Lager je plus-minus sechs Möller. So, das wär's gewesen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bewerbt euch doch bei der Dreier AG als Strassentransportfachmann.